Hallo, ich bin Susann und heute werde ich euch mal rätseln lassen. Okay, wollen wir mal schauen. Oha, okay. Ob das was wird? Nehmen wir den. Okay, okay, alles klar, das kriegen wir hin. Okay. Okay, okay. Wenn ihr erraten könnt, was ich euch gezeichnet habe, dann schreibt es bitte in die Kommentare und ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnen und eine ganz schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.